Glas pur mit jeglichem raumsparenden Gleittürkomfort. So sollte Ihre Duschkabine sein? Kermi hat genau das richtige Produkt für Sie. Es kommt nur Nika in Frage. Serienmäßig ist die Tür ausgestattet mit Soft Open und Soft Close Komfort für ein sanftes und komfortables Öffnen und Schließen der Tür. Der praktische Handtuchhaken ist immer dabei. Die zuverlässig für groß und klein greifbare Griffstange liegt angenehm in der Hand. Die Nika Gleittüren bieten ungehinderten Bodenebenen Einstiegskomfort. Sehr gut ist der Spritzwasserschutz durch die spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabprall-Effekt. Eine kleine Bodenschwelle ist wahlweise montierbar. Zur Reinigung nach innen schwenkbare Türsegmente garantieren die einfache und schnelle Sauberkeit. Und hochwertigste Materialien wie die zuverlässigen Verbindungen aus elegant verkromtem Metall sorgen für die dauerhafte Haltbarkeit. Nika wirkt durch ihr auf ein Minimum reduziertes Profildesign fast wie pures Glas. In komfortabler Serienhöhe von 2 Metern, serienmäßig passend auf Duschwanne und gefließten Duschplatz. Als Tür in Nische, Tür und Seitenwand, Eckeinstieg, Walk-in und Badewannenaufsatz. Made in Germany, TÜV-geprüft und mit CE-Zeichen. Mit hochwertigstem Einscheibensicherheitsglas, mit optionaler Pflegeleichtbeschichtung KermiClean und 20-jähriger Nachkaufssicherheit. Nika – die vollkommene Gleittür. Nika – die vollkommene Gleittur vorkommene Gleittur. Nika – die leyendungen curettlichsemtenen Gleittur nicht so gut puffbe portfieren. Nika – die vollkommene Gleittur zu werden.